Yo Leute, ich melde mich hier wieder mit einem neuen Video zu Battlefield 2042 zurück. Und die Beta des Spiels startet am 22. September. Das sagt jedenfalls Tom Henderson, er ist ein bekannter Leaker und Insider aus der Szene und hat bereits viel Richtiges zu dem Spiel vorausgesagt, zum Beispiel das Setting, dass man mit 128 Spielern spielen wird und auch, dass man die Notepad spielen wird. Und er hat sogar Teile des Trailers vorab gezeigt. Das heißt, er ist ganz gut informiert und hat bei vielen Sachen recht. Trotzdem muss man das Ganze natürlich mit Vorsicht genießen. Er hatte bei einigen Sachen in letzter Zeit auch absolut unrecht und hat zum Beispiel gesagt, dass man Battlefield auf der Gamescom sehen wird. Das war natürlich falsch, aber er sagte, das hat er nur so geschätzt und hatte sich das überlegt. Das war kein richtiger Leak, das war einfach nur seine Meinung. Und das mit den Beta-Daten ist jetzt wieder ein richtiger Leak und da lag er ja meistens richtig. Und er hat einfach folgendes getwittert. Am 20. September soll es wohl ein Event für YouTuber geben, sodass sie die Beta schon mal aufnehmen können und ihre Videos vorbereiten können. Und, äh, hallo? Ich, äh, bin YouTuber. Ich, äh, mache Battlefield-Videos. Wo ist meine Einladung, EA? Hallo? Habt ihr die vergessen? Ist die auf dem Postweg verloren gegangen? Also, ich habe nichts gekriegt. Das ist, ähm, bitter für mich. Denn die YouTuber dürfen dann am 22. September um 9 Uhr die ersten Videos auf YouTube zeigen. Ja, da wäre ich auch eigentlich gern dabei. Aber, na gut, da muss ich mich halt damit begnügen, dass die Beta eine Stunde später dann losgeht. Und zwar zwischen 10 und 11 Uhr wird man dann die Beta spielen, wenn man das Spiel vorbestellt hat und diesen Early Access hat. Und, ja, mein Video dazu wird dann wahrscheinlich irgendwann nachmittags kommen, wenn ihr alle schon gesehen habt bei den anderen YouTubern. Aber, ja, was soll ich machen? EA hat mich halt nicht mehr auf dem Schirm. Und vielleicht bin ich ja eh zu klein, um da eingeladen zu werden. Ja, und am 24. September geht dann die Open-Beta los. Das heißt, dann können wirklich alle Leute, die wollen, das Spiel ausprobieren. Und das ist ja eigentlich ganz cool. Allerdings würde ich es nicht mehr wirklich als Beta bezeichnen. Beta dient ja dazu, dass man hinterher noch Fixes und Veränderungen durchführen kann. Aber das Spiel erscheint ja dann kurze Zeit später. Deshalb sehe ich das Ganze eher als Demo. Das finde ich aber auch ganz cool. So kann jeder, der sich jetzt noch so unsicher ist, ob er das Spiel kaufen möchte, das Ganze einfach mal ausprobieren. Und das ist sicherlich nicht verkehrt. Und sorgt dafür, dass sich die unsicheren Spieler noch eine Meinung bilden können. Ja, warum denke ich, das Ganze ist relativ realistisch? Ganz einfach, wenn es wirklich ein Capture-Event am 20. September gibt, dann werden sicherlich die YouTuber schon eingeladen worden sein. Sowas macht man nicht einen Tag vor. Gerade wenn das irgendwo stattfindet und die YouTuber irgendwo hinreisen müssen, dann sind die Einladungen auf jeden Fall schon draußen. Und der Tom Henderson, der hat halt ganz gute Connections. Wenn ihm YouTuber das irgendwie geswitchert hat, dann wird das wohl auch schon stimmen. Und außerdem ist es ja nicht mehr ganz so schwer, das Beta-Datum vorauszusagen. Ich meine, der September hat jetzt auch nicht mehr so viele Tage und die Beta soll ja laut Dice im September stattfinden. Das heißt, ja, irgendwann Ende September muss es ja der Fall sein. Und ich halte das auf jeden Fall für sehr wahrscheinlich. Sonst hätte ich auch nicht das Video dazu gemacht. Ja, dann hat er noch einen weiteren Tweet rausgehauen, und zwar zu den Spezialisten. Da wird es im fertigen Spiel noch fünf weitere geben, zu denen, den wir gestern in dem Trailer gesehen haben. Und zwar einmal den Sundance, das wissen wir ja schon. Der hat den Wingsuit. Dann haben wir G-So-Pike. Er kann wohl Dinge durch Wände sehen. Und dabei ist sich Tom nicht sicher, ob es Equipment oder Spieler sind. Aber ich schätze mal Equipment oder Spieler temporär, weil wenn er quasi einen Dauer-Wallhack hätte, dann würde das Ganze keinen Sinn machen. Und er wäre total OP. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich hoffe, dass es Equipment ist, weil so ein Wallhack kann sehr frustrierend sein, wenn man davon erwischt wird. Dann haben wir Narvin Rao. Und er kann Ausrüstung hacken. Das kennen wir ja, wenn da irgendwie eine gegnerische Claymore steht. Dann kann man die halt hacken, und dann ist es seine eigene Claymore. Dann haben wir Espinosa. Der wird einen Riot-Shield haben. Ja, fand ich in Battlefield 4 schon ein bisschen nervig, dagegen zu spielen. Aber auf der anderen Seite habe ich es auch nie selber benutzt, weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Aber wenn er das auf dem Rücken haben kann, dann ist das natürlich schon ziemlich stark, weil er dann nicht so leicht von hinten abgeschossen werden kann. Müssen wir einfach mal abwarten. Und der letzte Spezialist ist wohl Konstantin Angel. Da ist nicht wirklich bekannt, was der für eine Fähigkeit hat. Da müssen wir uns einfach noch mal gedulden. Ja, das war es jetzt eigentlich zu den Leaks von Tom Henderson. Ich habe noch mal eine kleine Ergänzung zu dem gestrigen Video, was mir noch mal beim erneuten Anschauen aufgefallen ist. Und zwar das Geschütz von Boris. Das spottet ja die Gegnerstand im Trailer. Und man sieht hier sogar eindeutig, dass die Gegner nicht nur gespottet werden, sondern sie werden richtig mit einem roten Rahmen markiert. Und man kann sie anschließend durch Wände und Rauch sehen. Und das ist natürlich verdammt stark. Das heißt, wenn man von so einem Geschütz anvisiert wird, dann ist man eine leichte Beute für den Gegner, weil man einfach durch Wände gesehen werden kann. Finde ich auf jeden Fall sehr stark. Müssen wir mal gucken, wie das im finalen Spiel wird. Aber fand ich auf jeden Fall noch interessant, dass ich das hier nochmal erwähnen wollte. Und ja, das war es jetzt eigentlich. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Leaks haltet. Meint ihr, die Beta findet am 22. September statt? Wie gesagt, ich halte es für relativ wahrscheinlich, aber bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Lasst mir eine Bewertung da, ein Abo, aktiviert die Glocke, ihr kennt es. Wenn ihr das Spiel vorbestellen wollt, dann benutzt in der Beschreibung meine Links. Ich würde mich über alles sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist MiaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!